so sicherheitskontrolle erfolgreich hinter mich gebracht sind wir hier im abflugbereich sehr schön hier kann man schon mal ein bisschen abschillen mal gucken wo ich hier hin muss gate 1 ja wunderschön schaut mal hier das geht doch mal oder ja 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 und hier geht es nachher mit der bimmelbahn zum flugzeug dann bis demnächst auf dieser frequenz euer jens ja 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 ja